Ja, liebe Freunde, wir haben heute mal wieder eine schöne Videoanalyse für euch hier im Angebot. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Fängerschmiede, dem Torwartkanal für den Amateurbereich. Ja, Videoanalyse haben wir heute mal wieder am Start. Was heißt das genau? In den Videoanalysen hier in der Fängerschmiede, die wir zwischendurch mal einstreuen, suchen wir uns irgendwelche Spielsituationen. Natürlich ist ein Torwart involviert aus den höheren Ligen, meistens aus der Bundesliga. Und heute haben wir uns mal ein Länderspiel rausgesucht. Ja, das Länderspiel, was Deutschland gegen Japan gemacht hat, was ja für uns nicht ganz so erfolgreich endete. Da habe ich mir mal den Marc-André Ter Stegen rausgesucht. Und vorweg schon mal, normalerweise war es ja immer so in diesen Videoanalysen, dass wir uns irgendein Fehlerbild rausgesucht haben und das dann gemeinsam analysiert haben, mit euch zusammen auch später in den Kommentaren. Heute ist das ein bisschen anders. Heute möchte ich mal eine absolute Glanzleistung von Marc-André Ter Stegen, ich sage mal, in den Fokus rücken. Warum? Weil das so eine Art versteckte Paraden sind. Die werden eigentlich kaum geschätzt, weil jeder davon ausgeht, dass man als Torwart relativ wenig tun muss. Und was meine ich genau? Ich zeige euch mal gerade die Szenen, die ich meine. Ja, Ter Stegen war in diesem Spiel mehrfach alleingelassen worden von seinen Mitspielern, was man hier auch sehr schön sieht, der Japaner läuft frei zu auf Marc-André Ter Stegen und am Ende ist es so, dass der Abschluss, also es wird abgeschlossen und der Ter Stegen bleibt einfach stehen. Ja, das macht da jetzt hier nochmal andere Szene. Kann man sich auch ganz gut reinziehen, ist genau der gleiche Ablauf. Auch hier bleibt er stehen und das hat er ja noch zwei, drei Mal gemacht, also noch zwei, drei weitere Male gemacht in diesem Spiel. Und das ist für mich, war das eine absolute Glanzleistung. Warum? Jetzt werden, ich sage mal, die Leute, die sich mit dem Torwartspiel nicht so viel befassen oder einfach gesagt, die keine Ahnung haben, die werden jetzt sagen, ja, der stand da einfach da und hat sich anschießen lassen. Eben nicht. Das hier ist ein Zustand, eine Aktion, die musst du als Torwart oder als Torwarttrainer sehr, sehr lange trainieren. Die ist einfach stehen bleiben und abwarten. Warum? Normalerweise sagt man ja, ich sage mal so in der normalen Welt, im normalen Alltag, ich sage mal stehen bleiben, abwarten oder mich irgendwo hinlegen, das kriege ich noch hin. Das ist immer ganz einfach. Nichts tun ist immer sehr einfach. Aber bei uns Torhütern ist es eben so, dass wir immer, wir wollen immer was tun. Wir sind so Zweckaktionisten. Und das heißt also, normalerweise, ich sage mal, neun von zehn Torhütern oder Torhüterinnen wären hier irgendwie reingerutscht, wären runtergegangen, hätten Ballangriff gemacht, hätten einfach irgendwas gemacht, was wahrscheinlich falsch gewesen wäre. Ja, und dieses Stehenbleiben und Abwarten und einfach kurz reagieren, Fuß raus oder Hand raus, wie in dem anderen Beispiel, ist brutal schwer. Also das ist wirklich eine Sache, die man über ganz, ganz lange Zeit trainieren muss. Ja, und das versuche ich eben auch meinen Jungs gerade so ein bisschen beizupulen. Und es ist aber super erfolgreich. Warum ist es super erfolgreich? Weil gerade, man sieht es ja, das ist ein Länderspiel. Das sind die besten Spieler vermeintlich aus Deutschland. Darüber kann man sich vielleicht streiten. Aber sicherlich die besten Spieler aus Japan. Allesamt sehr gut in dem, was sie tun. Aber trotzdem sieht man, dass die Japaner jedes Mal auf den Torwart abschließen. Ja, das hat im Gesicht einen gewissen psychologischen Effekt. Ja, oder das hat einen psychologischen Grund, weil das ist genauso, als wenn ihr jetzt eine riesige Wiese oder einen riesigen Abhang mit dem Schlitten runterfahrt auf Schnee und auf dem gesamten Abhang ist nur ein Baum. Ja, und diesen Baum dürft ihr natürlich nicht treffen. Und je mehr man sich auf diesen Baum konzentriert, desto mehr oder desto höher ist die Gefahr, dass man eben dagegen fährt. Und genauso ist es beim Torwart und bei dem Stürmer, der eben abschließen möchte, auch. Ja, und deswegen, ich darf den Torwart nicht treffen, ich darf den Torwart nicht treffen, ich darf nicht gegen den Baum fahren, ich darf nicht gegen den Baum fahren. Und das ist genau das, was nachher am Ende passiert. Man fährt gegen den Baum und man schießt den Torwart an. Und je tiefer ich komme in den Liegen, desto wahrscheinlicher, und ich sage mal, in den untersten Liegen, in den Kreisliegen, Bezirksliegen, da wo wir so unterwegs sind, da ist es fast schon normal, dass du als Torwart angeschossen wirst, weil natürlich der Schütze meistens nicht ganz allein auf sich zugelaufen kommt. Und er hat einen gewissen Abschlussdruck von dem Innenverteidiger, der noch zwei, drei Meter hinter ihm läuft. Aber es ist eben ganz oft so, dass die Bälle auf den Torwart geschossen werden oder maximal ein, zwei Meter daneben. Und deswegen macht es immer Sinn, immer, aus meiner Sicht, auf gar keinen Fall zu spekulieren, also sich in irgendeine Ecke fallen zu lassen, das geht immer in die Hose. Und vor allen Dingen, das macht hier der Stegen wunderbar, er bleibt oben, er bleibt in der Balance, er bleibt vor allen Dingen auch stabil und er reagiert einfach nur. Und deswegen, ich bin total begeistert von dieser Szene, ihr merkt das schon, weil es sieht so einfach aus, aber ihr Torwarttrainer da draußen oder auch ihr Torhüter wisst, das musst du ewig trainieren. Und damit die Leute, die Torhüterinnen und Torhüter, wirklich stehen bleiben. Weil normalerweise wollen sie, wie eben schon beschrieben, irgendwas tun. Und das ist super schwierig, das daraus zu bekommen. Und am Ende macht es sehr, sehr viel Sinn. Wir haben das mittlerweile schon, ich sage mal, so 30, 40 Prozent verinnerlicht. Erik und Marcel haben schon sehr, sehr viele Bälle dadurch eben gehalten, dass sie einfach nur stehen bleiben, am Ende vielleicht noch einen Block stellen oder fast immer einen Block stellen und angeschossen werden. Das ist sau oft so. Und damit halten sie ganz, ganz viele Bälle. Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr in diesem Bereich etwas mehr, ja, etwas besser machen wollt, etwas erfolgreicher sein wollt im 1 gegen 1. So, jetzt habe ich schon wieder zu viel gequatscht oder mehr gequatscht, als ich eigentlich wollte. Was mich noch total interessieren würde, wäre deine Meinung zu dieser Thematik. Es kann natürlich auch sein, dass du auch sagst, hey, das mache ich so immer oder das muss man nicht trainieren. Ich brauche einfach nur stehen bleiben. Das ist alles Quatsch, was der Satz da erzählt. Und gerne unten in die Kommentare rein, dann können wir wieder fröhlich, pfeifend drüber diskutieren, so wie wir das jeden Sonntag machen. Würde mich freuen. Ansonsten super geil, dass du wieder hier warst an diesem Sonntag, hier um 18 Uhr in der Fängerspiele. Es würde mich mega freuen, wenn du nächste Woche auch wieder hier wärst. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.